Anreißen von Stoi ist für uns nie in Frage gekommen. Meine Schwiegermutter ist auf die Idee gekommen, ihn anders zu nutzen. Der Stall steht für die Verbindung aus Alt und Neu. Wir haben eine Tradition, in der wir verwurzelt sind, aber der Blick geht auch nach vorn. Unser Leitspruch ist, dem Erbe verbunden, dem Wandel verpflichtet, die Zukunft gestalten.